Hipsi! Ich mach ein Video, nicht? Aber am besten rede ich da nicht so viel. Oder was soll man erzählen? Ja, ich... Sie hat das doch schon auf. Und sie macht das gleich das Ganze auf. Ach. Und die frisst auch gleich. Das hast du ganz schlecht verpackt, Herr Vater. Das nächste Mal müssen wir dann... Taka, was mogelst du denn? Bist noch nicht dran. Ist im Dezember. Nein, du kannst vorher auch was haben. Aber jetzt nicht. Jetzt ist Pepsi dran. Nur kleiner Müll. Sie ist doch schon am Kauen. Sie wird jetzt nur die eine Ecke aufmachen und jetzt wird sie erstmal was essen. Ja. Und jetzt haben wir Zeit, ihr das wegzunehmen. Oder das Loch zuzuhalten. Es ist übrigens Rinderkopfhaut, was sie gerade frisst. Was? Rinderkopfhaut. Könnte etwas länger dauern. Ja. Genau. Wir könnten hier aber einfach Taka weitermachen lassen. Ist ja schon warm. Also, ich finde das gar nicht kalt heute. Echt? Ja, ich bin gut, ne? Und? Echt? Seid ihr langsam zum Glücksmoment hier? Ja. Dann kriege ich was wieder rein. Ja. Ja. Toll. Und hat das so schön verpackt. Überall. Und das macht der Hund. Der macht ein kleines Loch rein und hat alles. Da fällt das nächste raus. Äh. Wieso sind denn das so kleine Stücken? Weil du die ausgesucht hast. Komm her, Taka. Taka, komm. Mach mal den Rest auf da. Ohr. Ohne das Loch, was ich hier hab. Und der macht das sogar. Aber jetzt kriege ich die Kamera nicht so weit weg. Mein Arm ist kaputt. Die wissen ganz genau, die brauchen das nur aufzunehmen. So, und nun geht noch eine andere Ecke. Nee, nur eine andere Ecke. Andere Ecke. Genau. So. So. Und noch eine andere Ecke. Nee, nimm die letzte Ecke. He he. Oh, Taka, nicht kratzen. Hey. Hallo. He he he. Nee da. Taka, Taka, Taka. Genau. Mahlzeit. Ja, nimm dir einen raus einfach. War da nicht ein kleines Ding, was da rausfällt? Ja. Ich hab das ja wieder rein getan. Der Flügel ist das raus. Ja, lassen wir sie. Solange sie sich da nicht ein Riesenstück rausfällt. Aber sowas kann man ja auch wegnehmen. Das ist auf allen Seiten schon auf. Ja, aber nicht die Mitte. Sie hat ein langes Stück. Das ist gemein. Ja, wir machen ja jetzt. Wir sagen ja jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hepsi ist nämlich fertig. Hepsi möchte das nächste haben. Das gibt's morgen erst. Oder? Nee. Hepsi. Hepsi, guck hier. Heiß auf. Heiß auf. Heiß auf. Heiß auf. Auf. Lauf. Guck mal, jetzt ist Taka erstmal beschäftigt. Ja, bringt das mit Sicherheit. Entschuldigung. Ist das nicht jährlich mit dem Hund? Das Video wird langsam langweilen. Ich leg mal auf. Wie man ihn auch auflegt. Guck mal, jetzt habe ich's dem Hund weggenommen. Oh, ist sie nicht süß? Ja, sie ist süß. Sie ist immer süß. Naja, wie auch immer. Ich mache jetzt, glaube ich, noch ein paar Fotos. Ja. Ah.